Marius Ebert hier, wir spielen Frage und Antwort. Hier kommt die Frage, wer kann Handlungsvollmacht erteilen? Wer kann Handlungsvollmacht erteilen? Das ist die Frage und die Antwort lautet, dass die Handlungsvollmacht erteilt werden kann vom Kaufmann, also von Kaufleuten, von den Geschäftsinhabern, die ja hier in diesem Bereich Kaufleute sind und auch von Prokuristen. Das ist die Antwort. Wollen Sie lernen ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter dem Video, der führt Sie direkt zu meinem Lernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Lernen ohne leiden? Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.